Hallo meine Freunde und willkommen zum 400 Abo Special. Wie ihr sicherlich von der Papaya Direct wisst, wird es im 400 Abo Special um einen Song gehen. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich ein kurzes Revue passieren lassen über die ganze Zeit, die wir jetzt hinter uns gelassen haben. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Papaya und das ist mein erstes Video auf diesem Kanal. Und damit willkommen zu Pokemon Goldene Edition Hardgold. Ja, das erste Let's Play auf diesem Kanal. Moin moin liebe Leute und willkommen zurück bzw. willkommen zu einem neuen Format auf diesem Kanal. Willkommen zu Pokemon Platin Edition Live. Das erste Streaming Projekt auf diesem Kanal. Guten Morgen, guten Morgen, meine wundervollen, lieben Menschen. Willkommen zu neuen Ausgabe von Paya News. Brudi, komm in die Discord-Gruppe. Komm in die Discord-Gruppe. Bruder, in einem Monat eine Rainbow-Karte. Was willst du mehr? Paya, du bist zu spät. Ich weiß, dass ich zu spät bin. Und ich seh komplett weird aus. Ich frag mich, warum ich noch in keiner Anstalt bin. Aber ich hoffe, es geht euch allen gut. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich stell mir erstmal diese Maske ab. Ha, aber kein Faceweave, weil ich diese Corona-Maske anhab. Ihr Noobs! Und damit willkommen zu einem neuen Let's Play zu The Legend of Zelda A Link to the Past. Was ursprünglich 1991 für den SNES erschien ist. Wir haben die 100 Abonnenten erreicht. Einige Wochen später. Ich wollte sagen, es wird auch ein 100-Abo-Sasial kommen. Denn ich hab vor, so einen coolen Date zu machen, halt auf besondere Art und Weise. Wie es sein wird, werde ich natürlich nicht spoilern. Eine lange, lange Zeit später. Aber das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist halt, dass... Wie soll ich sagen? Ich die Daten einfach nicht rüber bekomme. Das heißt, das Abo-Special ist leider fürs Erste aufs Eis gelegt. Neun Monate später. Ihr habt fünf Monate gewartet. Und nun ist die Zeit reif. Für... Das 100-Abo-Special. 100 Fragen, die von Zuschauern für diesen Typen dargestellt wurden. Ihr werdet seine tiefsten Geheimnisse erfahren. Ihr werdet alles erfahren. 100-Abo-Special. Coming soon in Dezember 2020. Wie fanden Sie diese Ankündigung? Ich fand sie schön. Zwei Monate nach der Direct. Hallo meine lieben Freunde. Ich bin der Kommentierpeier und werde euch heute unterhalten beim 100-Abo-Special. Ich wünsche euch allen herzlichen Willkommen. Ich werde es in mehreren Parts aufsplitten. Ich kann gerade nicht weiter schneiden. Ich muss mich verstecken. Wir sehen uns beim nächsten Teil vom Abo-Special wieder. Das 100-Abo-Special Part 2 wird niemals erscheinen. Merkt es euch endlich bitte. Wir haben eine sehr, sehr schlechte Nachricht zum Übermitteln. Und zwar hat die Papaya YouTube gesagt, dass das 100-Abo-Special Part 2 niemals erscheinen wird. Es gibt Friedensproteste auf der ganzen Welt, die alles verändern sollen. Jetzt mal Realtalk. Wo bleibt 100-Abo-Special? Also Realtalk. Ich dachte immer, ich könnte mich auf euch verlassen. Aber was ich jetzt gesehen habe. Über die letzten Monate jeden Tag 100-Abo-Special Part 2. 100-Abo-Special Part 2. Es reicht. Ich werde jeden einzelnen Bann, der diese Worte nochmal in den Mund nimmt. Meine Mods kümmern sich um euch. Ein weiterer Bericht zum 100-Abo-Special Part 2. Aufgrund dessen, dass dieses Projekt nicht erscheinen wird, gibt es noch weitere Katastrophen und Proteste werden gewaltsam aufgehalten vom Modsquad. Wann kommt jetzt eigentlich endlich 100-Abo-Special Part 2? Die Welt verfällt in Chaos. Kriege sind ausgebrochen, eine große Hungersmode ist ausgebrochen. Wann wird es 100-Abo-Special Part 2 kommen? Selbst große Prominente wie Jong-Xina sind dafür, dass dies geschehen wird. Meine Sohn, ich muss jetzt zum Internet sprechen. Bitte seien keine Dummkopf. Bitte bringen 100-Abo-Special Part 2. Ich weiß zwar, dass wir verweinert sind, aber ich fliege dich an. Bitte bringen 100-Abo-Special Part 2. Selbst ich brauche das. Ich fliege dich an. Oh, Freunde, Freunde, Freunde. Ihr wolltet die ganze Zeit 100-Abo-Special Part 2. Aber was soll ich sagen? Wir haben jetzt 400 Abonnenten. Keine 100 Abonnenten. Es ist eigentlich nicht mehr möglich. Aber dachtet ihr ehrlich? Ich wäre so dumm und würde singen vor laufender Kamera? Falsch gedacht. Das 400-Abo-Special beinhaltet einen einzigen Satz. 100-Abo-Special Part 2 wird kommen, wenn ich wieder lange Haare habe. Das 400-Abo-Special Part 2 wird kommen.